So, 3 Uhr irgendwas. Guten Morgen. Heute wird die Hände von hinten gestopft. Heute geht's zum Spreewaldmarathon. Und wir fahren hin und zurück. Und am Ende werden wir so zuckern. Das ist 400 Kilometer. Kannst du ausgehen? Ja, ich stehe hier seit 5 Minuten. Angeblich. So, 3 Uhr irgendwas. Wie gesagt, heute geht's zum Spreewaldmarathon. Mit der Variante 200 Kilometer. Wir fahren hin und auch wieder zurück. 57 Kilometer und einfach mal eine richtig geile Belohnung. Dass man morgens so früh aufgestanden ist. So, man sieht's gar nicht. Aber wir fahren jetzt voll durch diese Übelwand. Einfach nur fett. Wir fahren jetzt mal wieder. Wir fahren jetzt mal wieder. Wir fahren heute auch sonst nichts mehr vor. Kann man sich mal jetzt schon leer schießen. Könner halt. Es ist übrigens mal wieder kalt. Einfach mal morgens in den Hintern aus dem Bett bewegen. Raus an die Luft. Sonne genießen. Und man wird mit jeder Minute belohnt. Ist einfach nur geil. Okay. So, mega reiles Wetter. Wir sind gleich in Lüben. Und dann sehen wir uns beim Spreewaldmarathon. Ja, war ein bisschen kühl so. Geil. So, mittendrin stand nur dabei. Weiterfahren. So, 142 Kilometer schon. Läuft der Hase. Und beide sind gut. Geiles Wetter. Endlich. Zum Glück. Sag mal hallo. Hola chicos y chicas. Na ja. Erstens Pause vorbei. Windig. Jetzt gehts weiter. Auf zur nächsten Essenspause. So, gleich die ersten 200 Kilometer. Heinner. Sociouris. Auf. Ondo! Moin Moin, hat der doch gekappelt? Windgeschwindigkeit passt, Friedling auch und es ist noch Wasser da. Wie geht es hier? Mir geht es okay und wir stehen jetzt hier am Bahnübergang und warten, dass der Zug kommt und dann geht es weiter. Noch 4, 5, 6 Kilometer bis zum Ziel. Sind Sie stolz auf Ihre goldene Gurke? Auf Ihre erste? Ich habe schon die zweite goldene. Tschüss! So, Spreewaldmarathon ist vorbei. Wir haben gerade 340 Kilometer in den Beinen. Davon aktuell 140 Kilometer Anfahrt. Bleiben noch 50 Kilometer. Kurzes Fazit zum Spreewaldmarathon. Ziemlich voll, ziemlich gut besucht. Dafür ein ziemlich breites Angebot an verschiedenen Strecken. 40, 70, 100, 150 und 200. Viele Stationen zum Halten für Pause. Und für 40 Euro kriegt man was für sein Geld. BOOM! SPRIDERATIVE 1 5